Preisträger eines Stevie Awards 2021, der siebten jährlichen German Stevie Awards, ist YouGov aus Köln. Herzlich willkommen! YouGov gewinnt zwei goldene und einen silbernen Stevie Award für die beste Business Technology Solution in den Bereichen Blockchain, Marketing, Public Relations und Content Management für YouGov Direct, ihre Self-Service-Plattform, die werbetreibende Media-Agenturen und Unternehmen hilft, präzise Zielgruppen anzusprechen und mit ihnen in Dialog zu treten. YouGov ist ein internationales Marktforschungsinstitut, das täglich weltweit Meinungs- und Verhaltensdaten von Verbrauchern sammelt. Mein Name ist Philipp Schneider, Head of Marketing DACH bei der internationalen Data and Analytics Group YouGov, einem der zehn größten Marktforschungsnetzwerke weltweit. Ich freue mich, heute die dreimalige Auszeichnung für YouGov Direct entgegennehmen zu dürfen. Die Awards sind eine Anerkennung der großartigen Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen, die weltweit in unseren innovativen Forschungslösungen arbeiten. Herzlichen Dank für diese Auszeichnung. Herzlichen Dank.